Ja hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Kingdom Hearts 1.5 HD Remix Ja ich speichere jetzt hier mal kurz ab Und ja ähm Wir sind jetzt hier am Ort der Schatten Und müssen mal hier gucken wo es hier weiter geht Oh am Ort der Stille können wir raufschwimmen Ah ok Und jetzt Da Fug Eine blaue Triotech ok Halle der Speyer Moment mal Uno Momento Blaue Triotech Jetzt habe ich eine Idee Ähm Wir gehen nochmal hier hin zum Speicherpunkt Und machen mal eben Gruppenwechsel Gruppe Donald Aladin weg So Ja bestätigen Tag Donald Jetzt bin ich mal gespannt Nein ich will da nicht reingesogen werden Bist du doof So Oho 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 Ein Kiste Eine nette Kiste Was haben wir denn hier Ach du Schande Blitzragummi ok Halle der Speyer Na gut Waren wir hier schon mal Döööj Das ist falsch hier Irgendwas mache ich hier verkehrt So Viel sei schon mal gesagt Ich mache hier noch was verkehrt Ähm Ähm, so. Komm mal bitte wieder her mit Aladin, denn ich glaube, wir brauchen ihn noch dafür. Donald. So, Donald geht raus. Und Aladin kommt dafür rein. Wir müssen hier lang. Ort der Stille. Und jetzt sind wir hier. Das ist so verwirrend. Und, ähm, waren wir schon da unten? Kann das sein? Ich weiß es jetzt gerade echt nicht mehr. Ja, den haben wir schon berührt. Na dann. Hier fehlt uns noch ein so ein Affe. Ein so ein Affe fehlt uns. Da nicht. Dann gehen wir da lang. Ach, Mann. Oha, da ist was. Hier ist was. Haha. Super. Untersuchen wir mal. Die Säule reicht bis nach oben. Ja, so viel sehe ich auch. Aber was sitzt mir das? Ich kann nichts machen. Oder kann ich doch? Kann ich wohl? Haha. Mein erstes Geist, Genie. Show me the keyhole. Oh, oh. Er hat schon das Schlüsselloch gefunden. Nee, das ist nicht gut. So, wir müssen hier aber weiter auf die Säule ballern. Nee, müssen wir nicht. Das war's schon. Okay. Dann gehen wir zurück. Denn jetzt hat sich oben nämlich was getan auf der Oberfläche. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was, aber wir werden es herausfinden. Ei, ei, ei. Diese verwirrspielchen immer. Nein, ist klar. Verzieh dich. So. Raum der Tiefe. War das hier? Ja. Gut, dann geh mal bitte da rauf. Hier ist nämlich noch eine nette Kiste. Nein. Ich will jetzt da nicht wegen dieser Kiste runterfallen, ne? Ich hatte gar keine Lust drauf. Boah, wie er die alle fertig macht. Nicht schlecht. Ja, ist gut jetzt. Haben wir's? Dankeschön. Gib mir das. Vielen Dank für diese tolle Hütte. Genau. Wir können jetzt, glaube ich, was an der Schatzkammer machen. Dadurch, dass wir das eine Teil da freigeschaltet haben, ist hier nämlich die Säule frei. Sehr schön. Joa. Würde ich sagen, wir müssen bitten. Ah, okay. Was ist hier? Nö, da wollte ich nicht lang. Hier mal bitten. Nee. Muss ich hier noch irgendwo bitten? Ja, was nützt mir das? Gar nix. Nee, es hat mir irgendwie nix gebracht. Egal jetzt. Ähm. Ich werde hier mal vorsichtshalber speichern. Denn das wird jetzt hier echt hart. Denn wir lernen uns einem weiteren tollen Bosskampf. Ja, so leicht kann's gehen. Was haben wir hier? Nochmal bitten, einmal kurz. Wir können's doch. Mach du mal. Ha. Wusste ich doch. Dankeschön für das Blitzgargummi. Na dann, auf geht's. Viel Spaß. In der Höhle der Lichter. Die Höhle der Lichter. Ein. Das ist ein Mann. Das Mann. Das Mann. Der ist viel, dass ich erwähnte. Wie nicht explzieren die Situation der Mann. Riku. Das kann tatsächlich sein, dass es für unsere... Warte mal, bist du Maleficent? Jafar, Black Jasmine, weg! Nicht eine Chance. Sie sehen, sie ist eine Prinzessin. Eine von sieben, die in einem Moment halten die Schlüssel zu öffnen die Tür. Öffnen? Warum? Aber Sie fools nicht leben, um zu sehen, was außerhalb es liegt. Genie! Mein zweites Wille! Crush sie! Genie! Nein! Sorry, Al. Das mit der Lampe nennt die Schlüssel. Ich habe keine Chance. Tja! Bosskampf gegen Jafar, Leute! Naja, er ist auch ein Lappen. Wir sind doch so overpowered, das klappt alles. Mit Aladdin jetzt, allerdings. Naja, gut. Ich habe vergessen, auf Donald zu wechseln. Macht ja nichts. Oh, 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 oh! Wir müssen auf jeden Fall vor Genie fliehen. Denn das könnte gefährlich werden. So, Jafar. Komm mal her, mein Freund. Bist du schon gleich down? Hä? Jabba, Jabba, Jabba. Du mich auch. Jabba, Jabba, ne? Ist der denn jetzt? Ist der da vorne? Nee. Ach komm, jetzt hat er mich verarscht, oder was? Blöd, Mann. Ey. Ich kann dir auch Feuer hinterher schicken. Dich damit abballern. Das nützt gar nichts. Ähm, wieso nützt das nix? Hey, ich wollte gerne Vita haben. Und Aero. Dankeschön. Denn es war dann doch zu gefährlich. Komm mal her. Jafar. Komm schon. Seht ihr? Darum habe ich mir Aero drauf getan. Genau für so einen Fall. Und jetzt ist er Draun. Er ist kaputt. Sehr schön. Die Kraft der Kälte erhalten. Eis wurde zu Eisra. Eis hat sich zu Eisra weiterentwickelt. Oho. Wir haben es geschafft. Na dann. Ähm. Können wir mal hier weiter gehen. Und Jasmin gucken, was mit ihr ist. Hoppala. Ja. Genie. My final wish. I want you to make me an all-powerful Genie. Gini. Ah. Ach du heiliger. Ey. Der Allermächtigste aller Genies. oder was? Ja. Zuerst müssen wir jetzt allerdings erst mal gucken hier, dass wir uns mal eben kurz hochheilen. Mega-Porschen. Benutzen. LP von Zora wurden geheilt und die anderen? Ah, okay. Machen wir das so. Gut. Das haben wir. Ability. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Zora, kannst du irgendeine Ability Reflektor und Hurricane-Stoß? Kannst du? Oder Perforieren? Nee. Machen wir Hurricane-Stoß? Was hast du? Kannst gar nichts mehr. Goofy kann auch nichts mehr. Okay. Gut. Jasmin. Ich glaube, sie ist nur ohnmächtig. Wir müssen zuerst der Fahrt fassen. Na gut, dann kann's losgehen. Final Showdown. Die Lampe. Äh, die Lampe. Wir müssen die Lampe kriegen. So. Wir müssen jetzt nämlich die ganze Zeit auf Diago draufkloppen da vorne. Und nicht, wie man's annehmen müsste auf Jafar, sondern nur auf Diago. Mehr müssen wir gar nicht tun. Nein. Äh, verzieh dich. So, komm. Geh weiter drauf. Alle auf Diago drauf. Der könnte mal echt hier am Rand weggehen. Achso, ich kann ja gar nicht runterfallen. Na dann. Aber wir müssen auch natürlich aufpassen, dass er uns nicht von hinten jetzt trifft. Ne, so wie jetzt. Immer schön hochheilen. Und dann kann man das hier schon gut schaffen. Oh oh. Außer wenn das hier passiert. Ah, Diago. Wo ist der denn? Diago? Da oben. Ne, der der verarscht mich jetzt. Komm schon. Du Sprüngepitz. Verzieh dich. Ich ruch jetzt ein. Pass auf. Los Simba, hilf uns. Der König der Löwen. Hallo, Eure Majestät. So. Dann war's das. Komm schon. Verziss dich. Jetzt. Echt. Ich hätte lieber draufschlagen sollen. Das wäre hilfreicher gewesen. Wo ist er denn jetzt? Da vorne. Come on. Come on. Los. Ach, komm schon. Nerv mich nicht. Und verzieh dich, Jafar. Sehr gut. Und Goofy hat frohe Natur. Die Kraft der Hitze erhalten. Feuer wurde zu Feuerer und an seinem Bericht Nummer eins erhalten. Hej. Jasmin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja du, deine Jasmin ist leider hier nicht mehr drin, also kannst du jetzt auch nichts mehr machen, allerdings müssen wir jetzt hier echt aus der Höhle entkommen und diese Steine, da müssen wir echt aufpassen So, Zora, zerstör sie Ach herrje Na dann Weiter geht's Komm schon, pass auf Pass auf und Ei, 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 was eine wilde Fahrt hier, was ein wilder Ritt Feuer Nein Feuer ist böse Und ich will nicht von den Steinen getroffen werden Na Schaffen wir das hier rechtzeitig aus der Höhle raus Ach herrje Jasmin ist also nicht mehr in Agrabah Zora, lass sie uns suchen Tut mir leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen W-warum nicht? Ich wünschte wir könnten Aber es geht nicht, wenn wir ihn in eine andere Welt mitnehmen, heißt das Ein-Fisch-Fisch Einmischen Aladin, wir werden Jasmin finden, versprochen Äh, Earth to Al Hallo, du hast noch ein Wisch left? Schau Sag einfach das Wort Schau mich, um Jasmin für dich zu finden Ich... Ich wünsche dir deine Freiheit, Genie Al A deal ist a deal, Genie Jetzt kannst du überall gehen, wo du willst Du bist dein eigenem Master Aber wenn du kannst, wäre es großartig wenn du mit ihnen gehst und helfen, Zora zu finden Jasmin Hmm Sorry Al, I'm done taking orders from others But A favor, now that's entirely different I guess I could give that a try After all We're pals, right Al? Genie Just leave it to me Ja, sehr schön Ja, sehr schön Ja, das Smartme Vizier Coulda hat him If someone had stuck around To give him a hand Hey, I did my part I brought the princess, didn't I? Ja, Fah was beyond helper Consumed by his own hatred One should beware Of letting it burn too fiercely Whoa, whoa Lighten up I'm as cool as they come, okay By the way, kid Have we got something special for you? Her? We had a deal, yes You help us and we grant you your wish Kyrie Go to her Your vessel is waiting Just remember, this is no pleasure, Kuz It won't be a pleasant voyage Why are you doing all this for me? What's the catch? Cat? What's the cat? Silly boy You're like a son to me I only want you to be happy I seriously doubt that Believe what you wish But lest we forget I kept my end of the bargain Out of the UK I just want you to go Let's go You logic Thick Oh man, what's theolitical trikot da hier nimm das mit so rat wunderlampe erhalten und die größe trio trio trecht erlernt so war bitte finde jasmin für mich ja sehr gut mit der grünen trio techt kommen wir jetzt auch einiges anstellen und zwar gewisse neue gänge öffnen und erforschen erreichen und ja wie das hier weitergeht meine lieben lieben freunde sehen wir in einem neuen spannenden paar von let's play kingdom und denkt dran der arme riko ist der dunkelheit zerfallen doch in uns keimt noch immer ein licht